Moinsen, ist der Gabriel von NerdArea.de. Wir sind in der zweiten Runde von Child of Light. Mal schauen, wie weit wir jetzt kommen. Und mich ein bisschen. Ah, klar! Oh! 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 Oh, okay! Oh! Oh! BAM! 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 Dann wird er gleich sterben, weil er ja... Doch nicht... Batsch! Das ist ein Tag. Das ist ein Tag. Mega gut. Das dachte ich mir schon. Also ich finde das Spiel sehr sehr schön bis jetzt, macht Spaß, erinnert mich ein bisschen an alte Spiele für eine Windows 7, ich bin im rundenbasierten Kampf und das mag ich jetzt Ja. Fertigkeitspunkt. Geht mal in das Haus rein. Alles klar. Geht mal in das Haus. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Einst schien die Sonne über einem Land, voll saftiger Täler und weißen Gipfeln. Und nachts erglühten Burgruinen, Alabasterfarben über den Wipfeln. Im Sternenlicht und Mondenschein, eine Königin des Lichts beherrschte dieses Reich. Des Nachts wandelte sie durch den Palast, ihr Strahlen der Morgenröte gleich. Doch plötzlich verschwand sie durch üblen Streich. Die Königin war fort und mit ihr das Licht. Dunkelheit erfüllte den Palast. Der Usurpator Umbra blieb außer Sicht. Die Töchter schickte sie an ihrer Stadt. Sterne, Mond und der Sonne funkeln. Raubten sie vom Himmel, ließen das Firmament verdunkeln. Dann überfielen Umbras finstere Gesellen unser Land. Sie nahmen uns das Leben mit dem Streich ihrer Hand. Okay. Jetzt lithösen sie mit dem Streich. Bis zum nächsten Mal. Dann überfielen Sie die Gipfeln. Bindern sie mit dem Streich. Dann überfielen Sie das Firmament. Dann überfielen Sie die Gipfeln. Dann überfielen Sie die Gipfeln. Dann überfielen Sie mit der Gipfeln. Dann überfielen Sie die Gipfeln. Es wird sich regelrecht keinerlei. So jetzt hilft er Okay Oh cool Oh 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 Oh